In Episode 11 der zweiten Staffel von Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft, da spreche ich mit James Muldoon über Platform Socialism. Nicht jeder weiß, was das ist, Plattform Sozialismus und deswegen gibt es dieses Video hier. Was ist Platform Socialism in 90 Sekunden? James Muldoon, der hat das Konzept des Plattform Sozialismus in seinem 2022 erschienenen Buch gleichen Namens geprägt. Darin beschreibt er, wie eine Plattformökonomie aussehen könnte, die auf demokratischer Teilhabe an der Organisation digitaler Güter beruht und in der die technologischen Infrastrukturen, die uns ja alle täglich begleiten, vergemeinschaftet sind. Während der Zeit viel, und das auch durchaus zu Recht, über Privacy-Fragen in Zeiten eines Überwachungskapitalismus, Steuerflucht von Big Tech oder auch Monopolstellungen einzelner Firmen gesprochen wird, geht der Plattform Sozialismus dann noch einen Schritt weiter. Denn diese Themen, die sind zwar auch wichtig, aber sie sind anderen Fragen wie Macht, Eigentum und Kontrolle über digitale Infrastrukturen eben nachgereiht. Genau auf die zielt aber der Plattform Sozialismus ab. Denn erst wenn diese adressiert sind und die Plattformen, die wir ja täglich nutzen, auch unter unserer Kontrolle stehen und von uns allen gemeinschaftlich organisiert und betrieben werden, erst dann kann das volle emanzipatorische Potenzial von Plattformen wirklich zu seiner Entfaltung kommen. Dann müssen diese Plattformen eben nicht mehr als geschlossene Systeme funktionieren, die absichtlich nicht miteinander kompatibel sind, nur um die Profite zu schützen. Und dann sind wir alle nicht länger unmündige Nutzer, die jede Terms of Service ohne Chance auf Mitsprache wegklicken, nur um nicht aus der jeweiligen Plattform ausgesperrt zu werden. Um das zu erreichen, verfolgt der Plattform Sozialismus eine dreifache Strategie des Widerstands, der Regulierung und der Neukodierung bestehender digitaler Plattform. Wie das genau aussieht, erfahrt ihr in Episode 11 der zweiten Staffel mit James Maldun zu Gast. Alle Folgen findet ihr auf www.futurehistories.today und natürlich hier in diesem YouTube-Kanal, den ihr bitte gerne abonnieren könnt und dieses Video hier mit einem Thumbs-up versehen. Bis dahin, ich freue mich.